Ja, okay, no problem, Bert. Ich bin super glücklich, dich endlich mal erreicht zu haben. Ich nehme dich jetzt gerade auch hier für YouTube auf, das klappt einwandfrei. Ich schicke dann den Jimmy 100% die QSL-Karte. Roger? Jo, alles klar, Bert. 73 und ich bedanke mich nochmal für das QSO. Ich wollte dir nur nochmal den guten Rapport hier bestätigen. 5 und 7, 5 und 9 kannst du dir dann später auch auf meinem YouTube-Channel angucken. Beste 73, alles Gute und ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt da. 73. 73. 73. 73. 74. 74. 75. 75. 74. 75. 75. 75. 76. Untertitelung des ZDF, 2020